So Leute, herzlich willkommen hier zu einem neuen Part von The Biling of Isaac. Wir spielen wieder eine Challenge, und zwar die achte, nämlich Spider-Byte. Da brauchen wir nur noch drei und haben die ersten neun Challenges dann auch schon fertig. So, äh, Spider-Byte, was macht das? Wir kriegen als Item das Spider-Byte. Deswegen haben wir hier auch schon, nein, warte, ah, das hast du nicht, das habe ich so. Deswegen haben wir hier schon eine wunderschöne Beule und wir kriegen den Quadra-Shot. Äh, der macht, naja, wie sein Name schon sagt, äh, einen Ding. Einen Vierfach-Schuss. Und außerdem hat die Spinde sich da gerade durchgeglitscht, das leckt wieder, warum leckt es? Ich hasse es, wenn es leckt. Komm, komm. Und außerdem, äh, Sloan uns zu trennen. So, danke. Was du könntest, kann ich auch. Oh, ja, ich, ich bin zu gut. Hm, okay, das leckt gerade ein bisschen, was ich nicht so mag. Und das leckt ziemlich stark sogar. Zum Beispiel jetzt. Warum? Warum leckt der Sätze dazu? Das finde ich gar nicht mal so gut. Also, ja, geht, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich, Leute.